moin leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge 5 clans wir gehen doch direkt nach rhein und sehen dazu war das nicht gespeichert oder okay okay also machen wir wieder noch machen können wir machen wollen weil es gar nicht mehr pils leser nicht für pils leser toll und ich habe doch jedenfalls für 400 mit komponen ist das weiß ich weiß nicht mehr struktur der mensch redaktion war glaube ich zurück zurück 1.000 nicht mehr als sie benutzen wir haben 4200 dann können wir die hier einsetzen um extras noch mal zu bekommen ok konnte man auch was sie mal so jetzt konnte ich doch auch so bin der weg bei war kurz gucken und ich freue mich und die freie mit andere um die systeme auswählen weißt du dich mal wo da da omnipot laut wenn ich für 500 xp einschalten dann kriegen wir andere hardpoints für dieses chassi ok unlock ist jetzt die frage was ist ein wichtiger andere omnipot system oder erstmal hingehen im science lab und ein schatzi upgraden und welcher dienst er dazu tendiert man sagt man redet erstmal das gesamte schnassi ab ach das kannst du mehrfach machen ok ok ich verstehe jeder meckert wahrscheinlich jedes schatz jetzt seine eigene xp haben wir jetzt 4050 jahr 1200 200 ja gut ich verstehe verstehe aber so engel turn speed hat alles jetzt ehrlich gesagt macht ihr mich schneller in verschiedenen sachen ok meck bay geben wir erstmal hier gucken du wirst nicht fertig sein du wirst nicht fertig sein anjust lrm ammo in right torso im rechten torso und die wir nicht benutzen ja sehr gut da hätten wir jetzt eine tonne frei mehr tonne noch ein sr und 4 unter macht ihr ein bisschen nahkampf gefährlicher das ganze dingen ein safe confirm ja repair du hast ein du hast zwei du hast drei wir haben zum nächsten er kann ich mitnehmen nehme ich den cheater aus in den mist links mit wird dort wiederum hinkommen ja barracks muss auch mal kurz gucken du kriegst missile cooldown select affinity die ah ja fünf slots ok kann man auch weiter schreiben jayden kriegt evasion ezra kriegt evasion naomi kriegt handling und mia kriegt evasion ok mission central zack und wir haben ganz viele neue aufträger äh investigation assault immer hier dann wir die vere die 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 Dann ist es im Periode, dass wir die Restrechte Zutaten finden und von der Restrechte Zutaten entfernen sind, bevor es zu viel Zeit ist. Aff, Sakhan. Kobaltstar, ich möchte Sie über die Anzahl des Zutaten des Zutaten. Auf die Struktur des Zutaten und beachten, dass die Restrechte Zutaten da sind. Als Sie verifizieren, Sie müssen die Zutaten sicher sein, um die Zutaten zu entfernen. Wenn die Restrechte Zutaten steckt, dann steckt die Zutaten auf die Vala-Sex. Ja dann Machen wir Dich wollte ich austauschen Ok muss er hier Dann können wir zurückgehen und dann haben wir den Ein bisschen vielleicht mal ganz klein bisschen mehr auf unsere Mechs achten gegebenenfalls oder mehr Texte einstellen Gehto Jaaguar Base, wir haben auf den Boden geschlagen. Sky Recon reports hostile activity along your target path, Star Commander. It appears they assembled after we extracted those prisoners. Expect heavy resistance. Kobold, you heard the Sakan. No way to avoid enemy contact, but we need to move fast. Prime your weapons. Prime your ready. Dealing with flesh. These animals deserve to be put down. New hostile detected. Killer's force is spotted. Light him up. Got another. They are down. As I am to the face. New target. A bit of range. A bit of range. A bit of range. A bit of range. More cubers incoming. More cubers incoming. New target. Incoming. Missile. Target. Destroyed. Enemy down. New hostile detected. Fire starter. and Kim. Yes it is. Yes it is. No. First wave is down. sagt er ist aufweg riverjack ist aufweg ja ja ist ja gut ich gehe schon zurück naja da brauche ich noch nicht drauf schießen das ist sehr weit außerhalb meiner Reichweite ja 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 Wo? Na ja, der kann sich auch anstellen. Wir wollen mal eben kurz hier gucken. Gucken wir mal eben fix, ob es hier vielleicht irgendetwas gibt. Wir haben möchten. Eine verstoßte Tür gehört hier. Ja dann, ab zurück. Einmal fix hier rein. Zwei Spider. Ja. Vielleicht gehen wir mal gucken. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Sack, haben wir vorhin noch gesehen, haben wir noch einen Salvage Cache. Also, Scan the Fallen Max, ja, okay, hätte schon mal ein Fall mal lesen sollen. All right, zwei. I have a fresh one. Still nothing. Data cores are completely wiped. Star Commander, I have movement on my sensor display. We have a hostile closing in on us. Pirates set a trap for us. Should we be impressed or shamed of ourselves? New hostile detected. Oh, that's a big boy. Easy. Ganz offen zu schießen. Ja, das haben wir ja gerade schon mal gesehen. Oh, man. Auf geht's zum Tor. Also, we have to do so. Also, Kiffi. Ah. I just hope those poor souls are alive by the time we reach them. Otherwise, they will remain Valasek victims forever. By the grace of the founder, they will be. Is that what? Is that what? Is that what? That did the trick. Gate opening. Gate opening. Disengaged. Star commander, be advised. You are walking straight into a hostile zone. Roger that. Ow. According to the intel report, the prisoner should be located in the area just beyond that hostile zone push through and relay citrip copy i'm just a little busy right now ouch i am not the enemy here and see or enter on the star commander target i am tracking another killer dropship closing in jaguar base can you scramble more fire support neg all support resources have been dispatched sky mode engaged down and out it's on the star commander target erstmal schnell den feuer starter commando ouchy target where are you holding them pirate scum jj fuel low jj fuel empty und 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 ok wahrscheinlich nur ein kleines Fahrzeug guck mal da oben haben wir noch drei scan points ja schon mal was es gibt Das waren Freunde Wo stehst du denn hin? Hier können wir natürlich mal um den Wartet mal hier den weg holen Was halt nicht schon passiert ist Ne, ist noch nicht passiert Was ist noch nicht passiert? We cannot conduct a safe evac until all threats are eliminated. Joke down a max. Point. 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 What is going on? Oh crap. Do not let any slip through. We are cadets, we'll handle this. What did you just say to me? We've got this! da wird sich noch eine große schwierigkeit ja das grenzen wir dann auch mitten in den schuss so, wir probieren noch etwas ja wir versuchen diese die 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 Oh ja. Was ist das? Ezra sieht nicht mehr so Fisch aus. Es bleibt mal schön hier oben. Ah, jetzt können wir. Es geht nicht mehr so. ich jetzt mich schon wieder verloren okay okay Ja, Leon. Alter, einfach mal die Schnauze. Er ist nicht mehr so viel mächtig. Er ist nicht mehr so viel mächtig. Er ist nicht mehr so viel mächtig. Ich möchte so viel mächtig. Auf meine eigenen Beziehungen. Nicht die Schnauze von einem Mann, die ich nie wusste. Ich will das auch für Sie, aber Sie werden nicht die Chance bekommen, wenn Sie das aufhören. Alles, was Sie tun, ist, dass Sie uns in die Schnauze mit Ihnen bringen. Und ich kann das nicht in meiner Schnauze. Okay. Ich will clean up my language and be on my best behavior when on the job. But don't expect me to change when we're on R&R. Someone has keep me on your toes. I wouldn't have it any other way. Ich habe den Helm verloren. Der liegt irgendwo hinten im Lager. Neu Nasi, Shadowcatch. Guck mal nochmal. An Albed-Notifications. No Chassis, available. research fertig. was sie milestone skidfox kann sich 2000 xp abholen sehr gut zurück gehen wir mal in der research, available research DCM wäre auch geil dann schauen wir direkt hinterher ER laser duration sollte verkürzt werden als laser duration ja da minus fünf prozent das heißt die machen den schaden sprung schneller aktiv probes das wird später interessant wenn man aktiv proben wirklich benutzen big bay wahrscheinlich bald wieder nicht fertig 3,3,2,5,1 requisition tags können wir uns auch 2 direktoren nochmal mit 670 punkte holen uns mal eben 4 tags da nochmal einen rein da packen wir nochmal einen rein ach und wir können das hier auch noch verbessern stimmt nochmal eben 2 tags haben wir noch dann gehen wir ja marketless metal max unlock hello cat was haben wir denn 45 ton shadow cat ist eigentlich mal doch guck mal mit ghost rifle active pro und mask 2 ER mediums könnte man vielleicht ein bisschen rumschrauben Aber so ein shadow cat holen wir holen wir jetzt so ähm dann gehen wir mal kurz Eryx gucken eben unsere back warrior durch guck mal du kannst evasion lernen du kannst oh Range Missile cooldown Ballistik cooldown nehm wir Ballistik cooldown es war da mit das war mal eben mit spread auch noch ein bisschen unter und mir darf nicht und ist die cool darauf achten dass wir unsere menschen entsprechend ihre stärken einsetzen können wir da großartig erfahrt machen eigentlich nicht das natürlich auch wenn wir können hier sogar darf ein blöd da haben wir die ghost rifle im rechten arm ja, active group, no line of sight sensor range ist verbaut noch so ist man okay was ich allerdings wirklich bräuchte wäre in der weiber mehr ammo und ob ich keine ammo mehr rein 90 schluss ist auch echt wenig das nicht erst mal dabei so ballistik der hätte ballistik kurz gucken du bist eher miss sei denn ist egal wort der kann alle drei lernen es war es eindeutig mehr auf energy naomi ist eindeutig eher miss als um mir ist ballistik also würde mir eine shadow cat kriegen jetzt mir 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 ok mission central no stone untert investigation we have decrypte we have decrypt the intel from the data cores recovered from the killer's abandoned base were they able to provide any valuable intel communication logs we have been able to comb through their records and identified a series of enemy homesteads that could be holding their strategic reserves you are tasked with investigating each target structure data on backup supplies and stockpiles could prove invaluable in finding the hole valisik is hiding in understood star colonel aerial surveillance shows a number of light mech elements gathered around these makeshift homesteads hopefully we can find something that will guide us to the pirate scum and force them out into the open af star colonel we will get the job done show them how smoked jaguar takes care of business head to the mech bay and mount up ja dann würde ich mal sagen wir könnten uns heute theoretisch noch 15 tonne mehr wollen wir müssten halt einfach nur Geld ausgeben die frage ist wollen wir dort geht's nicht jetzt wollen wir erstmal die mission spielen cool jaguar base this is condor zero niner seven we have good visual on the drop zone environment conditions optimal copy condor zero niner seven you are clear to deploy mech assets into the lz when ready jaguar base we have touched down at the lz acknowledged get to work star commander advancing to the first mark storehouse falling in f super gut ein tümsch das ist ja auch eine unglaublich schlechte schlechten weg rausgesucht ist Time Storehouse Alpha clear. Sensor still suffering some interference. No readings on scanners. Copy Cobalt. Do not concern yourself with scans. Elementals will handle the cleanup. We need to hit those other targets before the killers become aware of your presence. Copy Jaguar base. Moving on. So... At this rate, Santander will be free in no time. Your head is going to get to be free in your own company. Hey. What do you think, Naomi? Do you think one of us is a future L-Star? Time will tell. None of you are dead yet. That is a good start. So. We're going to go further. 400m to the next point. Sky mode engaged. In range of Storehouse Bravo. More hostiles dug in. Smoke them out. Target. Target. Destroyed. This is a more of a training exercise. They are fighting a losing battle. Target. Destroyed. Target. You must start. You must start. You must start. You must start. You must start commander's target. Shit. You must start. You must start. You must start a battlefield. ping. You must start a battlefield. You must go to come. So, today we must start efficiency. Was ist das? Zack. Ein paar VTOLs. Ein Tank. Ich würde es gucken, ob wir es übersehen haben. Sieht gut aus. Na, hoppla. Ja, so komplett durchpunchen würde ich da aber nicht. Weil... Ist eh schon alles wieder so kaputt. Ich würde es aufhören. 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 Mit so einer Menge sollte man... Auch wenn sie nichts aushalten. Aber man sollte Tanks einfach nicht unterschätzen. Ich würde es aufhören. Zack. Zack. Wo haben wir eben von hier oben? Ich würde es aufhören. Okay. Nicht so viel Schaden. Aber okay. Und... Ich würde es aufhören. Ich würde es aufhören. Das machen wir mal eben. Ein bisschen. Ich würde es aufhören. Trotzdem würde ich den... Astro... ... gerne... ich habe mal hinten hin 5 nein du sollst da bleiben das ist wahrscheinlich ein command für alle ja ok Exit man ein scheiß jörg alle da drauf Schau weg, schau weg Noch eins, okay Ja Und du gehst mal in die Duty dahinten Okay, gerade ganz kurz so aufblitzen Okay, okay Okay, okay Das ist schon mal, was wir hier haben Was? Okay, okay Ach komm, haben wir echt den Arm weggeholt Na gut, laufe ich ein bisschen im Kreis Okay Und du gehst ja? Okay Ja, genau Ein Corsair Ja Heavy damage ist gar kein Ausdruck Bist du überhaupt noch Waffen? Nein Nein Was kann ich noch nicht helfen? Also bin ich weg Ja 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 Oh shit, ich häng fest. Oh shit, ich häng fest. ...und all styles down. The field is clear. Understood. Hold on station until Elemental Relief Forces arrive. Awwww! und damit hätten wir dann diesmal zwei missionen gemacht mechs sehen alle super aus fast nichts passiert ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal